Thomas war nicht am Tor und Ray kämpfte wie ein Löwe. Beinahe hätten wir es dort nicht lebend heraus geschafft. Noch immer war er völlig außer sich. Es dürstete ihm nach Rache. Also erzählte ich ihm vom Medaillon. Ich hielt es für ein Märchen, aber dadurch würde er zumindest ein wenig abgelenkt. Und dann erwies es sich als wahr, als real. Das Medaillon führte uns zum Eingang einer uralten Kammer, deren Tür bereits geöffnet war. Ich hegte einen Verdacht. Thomas, irgendwie wusste ich es. Wir folgten einem blassen Schall durch einen jahrhundertealten Korridor, als ich plötzlich verstand. Ich wusste, was zu tun war. Ich musste meine Brüder retten. Nice. Das war's. 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 Nein, da lebt noch. Das war's. Das war's. Es eskaliert hier jetzt gerade alles so ein bisschen, oder? Das war's. 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 Oh, hey, mach das so hoch! Oh, hey, mach das so hochkommst! Oh, hey, mach das so hochkommst! Oh, hey, mach das so hochkommst! Taito, step! Fabrisa! Oh, hey, mach das! Oh, hey, mach das so hochkommst! 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 Oh, hey, mach das! Oh, hey, mach das so hochkommst! Oh, hey, mach das! Oh, hey! Jetzt bezahlst du für deinen Verrat! Du bist so gut wie tot, Barnsby! Hörst du? Wie viele Kugeln hast du noch? Komm her! Und sieh selbst da! Die Reise ist hier zu Ende, Barnsby! Deine Träume werden hier begrabt und du stirbst zusammen mit uns! Was ist mit den Südstaaten, Barnsby? Bist du bereit, alles zu verlieren? So wie ich meine Familie verloren habe? Ich schlage vor, wir treffen uns auf dem Feld der Ehre! Ein fairer Kampf ist dir und mir. Du möchtest doch den Rechtschaffneren schützen. Oder seid ihr zu feige, Mann gegen Mann zu kämpfen? Er gehört mir! Ja! 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 Immer daqui! Ja, ich habe mich diesmal versucht auf die Musik zu verlassen. In jedem Duell konntest du dich auf die Musik verlassen, weil die kurz vorher aufgehört hat. Wir natürlich nicht. Diese Duelle gehen mir so auf den Sack. Die Musik Also nicht einfach abknallen. Soll es nicht einfach abknallen. Ah, ich reg mich nicht auf. Ah, ich reg mich nicht auf. Ah! Ah, ich reg mich nicht auf. Ah, ich reg mich nicht auf. Das Gold ließen wir zurück. Es war verflucht. Ich legte meine Waffen nieder und widmete mein Leben um Gott. Ich wurde zu dem Prediger, der mein Bruder William immer sein wollte. Und ich schloss die Ehe zwischen Thomas und Marissa. William, ich weiß, dass du auf uns herab siehst. Du sollst wissen, dass dein Tod nicht vergebens war. Auch wenn nichts mehr so wie früher ist, bleibt eines unveränderlich. Und wir sind eine Familie. Amen. 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 Und damit haben wir ein Projekt abgeschlossen. Sehr schwer. Leck mich. Schwierigkeitsgrad teilweise echt ordentlich, muss ich sagen. Wobei es mehr an der Steuerung liegt, finde ich, als an was anderem. Aber ja, hat auch Spaß gemacht. Es war cool, mal in die URS-Reihe einzusteigen. Ich überlege für mich noch, ob ich den ersten, zweiten und vierten auch noch mache. Nein, ersten, dritten und vierten, so rum. Ist ja der zweite. Aber jetzt werde ich erst mal noch ein anderes kleines Projekt starten. Muss auch noch selbst ehrlich gesagt gucken, welches. Aber heute Abend zwischen 21 und 22 Uhr startet auf jeden Fall ein neues Horrorprojekt. Und zwar das Remake von System Shock. Nicht verpassen, schaut rein, macht gut und danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.